Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Elden Ring und es folgt der nächste Schritt auf dem Weg an die Spitze. Ich werde jetzt auf der rechten Seite nochmal schnell das Beil schwingen und dort klar Schiff machen, dann geht's aufwärts. Ob ich dann auch dort rauskomme, wo ich rauskommen will, liegt allerdings noch im Dunkeln. Werde ich aber schon noch früh genug erfahren. So, das Tentakelknäuel muss da jetzt mal weg. Noch irgendwo Fledermäuse oder miese Harpchen? Nein? Gut so. Solange es ihr nur seid. Oder will ich den Großen überhaupt umhauen? Oder kalt ich mir dann nur schnell die Beute ab? Ach, hat sich erledigt. Komm ich da ran? Komm ich da ran. Ich bin wieder das andere auch noch weg. Oh, meine Chance. Hey, 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 hey. Da ist doch nicht etwa schon wieder was nachgewachsen. Hinter dem Falschen im Fokus. So, jetzt brauche ich aber mal Platz nach hinten, Jungs und Mädels. Schleimige, fiese, miese, kleine Knäuel. Ich will doch den Großen. War ja zu erwarten. Macht es doch nicht wieder komplizierter, als es eigentlich ist. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Muss vorbei. Lässt du mich? Andere Seite. Und meine ganzen schönen Flaschen. Genug jetzt damit. Wunderprächtig. Und einer. Komm, da geht noch. Reich die Puste wieder nicht aus. Lass das, ich hasse das. E-li-mi-ni-ri-rt. Eierstock, der Sandoktopus. Und ein kleiner Streifen weißen Fleisches. Das alles für den Schmiedestein und Schlangen-Gott-Krummschwert. Aha. Na ja, war jetzt nicht so verkehrt. Aber dann muss ich jetzt mal darauf hoffen, dass da oben schnellstmöglich der nächste Ort der Gnade wiederkommt. Ich spring mal lieber nicht. Nicht, dass ich mir da noch die Knöchel verstaure. Muss ja auch nicht sein. Nehmen wir den Aufzug. Na, was haben wir denn da noch? Verlorener Kriegsascher. Äh, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Jetzt aber. Bin bereit. Wir können loslegen. Na. Kommt doch, wie gerufen. Ja. Und schön die ganzen Flaschen wieder auffüllen. Ach, da fehlt massiv viel. Geht das Getreller wieder los? Oh. Ho, ho, ho. Ja. Worauf läuft das denn jetzt wieder hinaus? Und wen darf ich hier rufen? Ja, wer bist du denn? Ich schaue mir das erst mal im Einzeldurchgang an. Ihr müsst verstehen. Hallo, wer hier? Kommen Sie raus. Ich will spielen. Ja, wenn es nur ein Drache ist. Oder Lindwurm. Keine Ahnung, wie soll ich dich nennen? Magma Lindwurm-Macker. Ah ja. Doch, richtig. Gelegen. Das Ungeheuer speit unter Feuer. Oh. Da muss ich also weg. Gut zu wissen. Sowas hast du auch drauf. Wo kommt das jetzt her? Da bleib ich doch mal am Schwanz dran. Nimmst du mich? Ah, doch jetzt nicht durch die glühende Suppe durch. Das tut er aber. Nö. Da stecke ich mich mal lieber. Das ist ganz mies. Andere Seite. Greif mich gleich mal zum Flashline. Wie sieht's aus mit einem Dünger? Ja, könnte doch mal kommen. Könnte der. Einsatz. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Einfach mal nach links. Und weg da. Na, wie soll ich denn da jetzt ran? Ach, Männchen machen kann er auch. Nö, lass den mal in Ruhe. Auf mich mussten wir uns aber auch nicht unbedingt. Rief jetzt aber für Versuch Nummer 1 doch gar nicht mal so schlecht. Und 5 Flaschen hätte ich in der Theorie auch noch gehabt. Noch ein bisschen zusammenreißen. Dann wird das. Nochmal rein in die gute Stube. Zuerst kommt dann die Flasche der wundersamen Arns Knight zum Einsatz. Vielleicht auch mal ein bisschen das Gelände besser nutzen. Lächter anfangen. Schön wieder die Suppe überall verteilt. Ich hoffe, du kannst nicht durch die Säule durchhauen. Und da springt er heran. Was denn los heute? Jetzt meine ich. Weggeblockt. Bringt doch. Nee, die Säule hier gefällt mir nicht. Kommt doch mal. Entweder rechts oder links. Na egal. So ist der aus. Hervor. Ja. Nicht unbedingt so. Das lief ja mal so gar nicht. Wo lag denn jetzt der Fehler? Hm. Nicht weiter groß drüber nachdenken. Einfach nochmal rein. So schwer kann es doch nicht sein. Ich könnte ihn ja rufen hier. Aber ich wehre mich dagegen. Hm. Getrunken und günstig. So viel ist mir auch klar. Dann lass mich mal kurz erst einsammeln. Lässt er den Boden wieder beten. Oh, oh, oh. Tschüss. Oh, ganz kuschelig bei dir. Muss ich mich aber dann doch mal kurz zurückziehen. Den Dicken. Wo kommst du jetzt? Ui, ui, ui. Dreh dich. Jetzt mal bitte nicht. Was habe ich denn gerade gesagt? Heiß, heiß. Heiße Füß. Habe ich genug Zeit dafür? Den platziere ich einfach mal in der Ecke hier. So. Eine Arznei hätte ich auch noch. Oh, zerschmetternd. Hm. Ja, nun. Wird doch etwas zeitintensiver. Wo sind jetzt die Runen? Ach. Eigentlich kann ich es mir ersparen. Jetzt hängt er doch schon wieder hinter der verdammten Säule. Junge. Ja, na. Klasse. Nicht mal getroffen. Aber eher dafür. Reicht doch nicht. Die Zeit dafür. Wieder total versemmelt. Das sehe ich einfach nicht kommen. Okay. Mann bist du fies. Mann bist du fies. Junge, 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 Junge. Was sollen die Leute nur wieder von mir denken? Dabei war der erste doch gar nicht so übel. Lass ich jetzt wieder stark nach. Ach, scheiße. Jetzt auf die Hohen. Sag ich mal ganz salopp. Und entfernen. Hier drumherum. Da kannst du es gut verteilen. Sturz mich eher weniger. Arm im Weg. Ah, passt. Und weg. Ach, ich sagte doch weg. Er brennt, er brennt. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Da läuft doch was verkehrt. Er hat schietet doch. Aber massiv. Komm jetzt. Werde ich nicht. Irgendwann schaffe ich es sowieso. Lieg ich schon? Könnte man stark vermuten. Tja, um die Ecke komme ich. Oh. Den Trick hat er aber auch drauf. Tja, um die Ecke gehe ich den Schwanz wieder um die Ohren gehauen. Eigentlich müsste ich mal da dranbleiben. Aber mit dem Eigentlich ist das genau so eine Sache. Lenk den mal kurz ab. Und wieder volle Breitseite. Jetzt muss aber auch mal ein bisschen Leistung von mir kommen. Zwei Flaschen noch. Kleiner Ausraster. Niekt er gerade. Er niekt er gerade. Wo sind wir denn hier? Lass mal. Ich sag doch, lass mal. So, wer hat mitgezählt? Das ist jetzt der Fünfter. Irgendwann komme ich schon an mein Ziel. Alles nur Hinhalte-Taktik hier. Da kam der Stamfer. Und wo kommt der Trier? Da kommt der Trier. Lohnt sich das, die noch einzustecken hier. Nö. Nö. Da kommst du nicht hin, mein Bruder Jung. Einer geht noch. Eindrücke ich dir rein. Ey! War jetzt nicht geplant. Aber auch gar nicht so doof. Ja, jetzt kann ich zwar den Augenlänger nicht mehr rufen, aber so viel Schaden macht er ja nun auch nicht. Ja, das hat bestimmt weh. Könnte ich mir vorstellen. Komm schon, komm schon, komm schon. Nehme ich doch die noch mal zur Sicherheit. Da geht noch. Bleib hier. Schwing mit mir das Tänzbein. Komm ich halt von hinten. Oh! Hat er gesehen? Hat er gemerkt? Hat er was dagegen? Das war's! Aus! Vorbei! Schluss! Magma Lindwurm Schuppenschwert! Drachenherz! Ach! War's wieder schweißtreibend. Und warum läuft's nicht gleich wieder von Anfang an genau so? Tja! Dann weiter, weiter, wo auch immer mich das jetzt hinführt. Es geht wieder weit, weit nach oben. Jo! Altus-Plateau. Das ist mir doch das Beil kurz ausgerutscht. Glaubt mir! Gut, gut, gut. Ich geh ja schon. Und wieder? Hatten wir doch gerade erst. Aber okay. Und wer seid ihr? Hatten wir schon mal Bekanntschaft gemacht? Und ihr seid ja wieder was ganz was Neues. Wurdest du auch mal runterkommen? Oh man! Er chillt da so. Wo ist er hin? Oh! Kennen wir doch nicht. Die schönsten seid ihr auch nicht, aber... Oh! Fix! Okay! Oh! 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 Mensch! Oh! 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 Ist ja... Ist ja äußerst gefährlich. Oh! 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 vielleicht mal anders probieren warte mal da brauche ich aber platz nach unten so jetzt drücken wir dir mal in den dicken kann ich zwei stück wenigstens unterbringen muss das timing aber auch stimmen ich lasse es lieber sein für heute ich muss mich da erstmal wieder sammeln gut dann liebe leute sage ich wieder vielen dank fürs zuschauen hat es gefallen dann like und abo da gelassen und bis zum nächsten mal macht's nicht gut macht's besser